Jo, alles klar. Jetzt soll ich da drauf schießen. Okay. Dann ist ja wohl klar. Okay. Verdammt. Okay. Stützt man ab. Okay. Springen. Okay. 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 Wenn du die Kronegang mit E an diese Position biegst, kannst du über die Deckung zielen. Okay. Moment. Okay. Wow, okay. Nicht schlecht. Da war es. Alles klar. Und dann jetzt. Hallo. Ich will nicht wieder abstürzen. Was ist es wirklich du, der all das startet? Was ist es wirklich du, der all das startet? Was ist es wirklich du, der all das startet? Ja. Kommst du zurück? Nein. Habe ich getroffen? Da vorne war eine Anomalie, ne? F2 war es. Wird es so? F2? Nicht. Was muss ich da, was muss ich da, der Scanner, ne? UV-Licht, Posteingang, Karte, der Scanner, hier. Ne, wie komme ich? Hallo? Scann doch mal. Alter. Na, wie wär's? Ah, mit Alt kannst du mit der Kornogun scannen. Okay, Alt. Habe ich nicht gewusst, habe ich auch nicht gesehen. Keine Beweise. Toll. Alt. Okay. Das war eine Anomalie. Die Tür ist wieder offen. Alles klar. Ich sollte vielleicht wieder die Karte nehmen, ne? Finde ich eigentlich nicht schlecht. Okay, mit F1, 2, 3, 4, 7 kannst du an S7 nicht... Ich bin zurück in der ADS-Bildung. Technisch bist du nicht da, Herr Black. Okay, cool. Moment. Das hier was. Scanner. Alt. Oh, the fuck. Just like before, Mr. Black. It's an inconsistency. Try to use them to your advantage. Karte. Okay. 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 Ich würde das auch nie machen. Cool, ein Foto. Super Street Boy, ach was. Karte ist F4, alles klar. Okay, bereit. Oscar Papa Romeo Charlie 101. Dann sollte ich... Hallo, würde ich bitte... Dankeschön. Komm nicht zu mir. Sollte dich ja nicht umbringen, ne? Das wird eine Anomalie. Scanner? Ein Auto. Hier, halt. Ach, komm. Sollte vielleicht nicht drinnen. Wenn wir nicht wissen... Sind aber Minim bestellt hier, ne? Entschuldigung. F2. Scanner. Anomalieren können wird transformiert, wenn... Wenn... Okay, ja, alles klar. Ja, da war ja ein weisses Licht. F2. Alles klar. Da steckt das Auto. Dort ist auch ein Auto. Okay. Da ist der andere Typ. Der Typ ist weg. Der Typ ist weg. Ne, ist nicht weg. Der Typ ist weg. So, Scanner. Halt. Alles klar. Okay, haben wir noch... wiederholt. Ah, Wand. Ne Wandanlage. Weißt du was? Gleich kill ich dich, Alter. Du nähst's. Ich will doch nicht die ganze Zeit aufpassen, wenn wir... wiederholt. Der Typ scheint mir ein bisschen nervös. Ich will noch die letzte Anomalie auf der anderen Seite holen. Das will ich noch. Ach, weißt du was? Komm. Leck mich. Leck mich. Ich wollte es nicht, aber... Oh Gott! Toll. So, die Anomalie. Scannen. Nein! Scannen. Hier. Halt. Oh, schön. Scheiße. Ich hätte es nicht tun sollen. Nein! Irgendeinem Scheiß wegen. Das war's nicht wirklich wert, ne? Ich seh's schon. Das war's nicht wert. Oh, da. Ich pick jetzt aus. Dann hat ich mich mich. Ich hab dich. Tolle die Zahn. Oh, nein. Oh. Ich hab dich. Ich hab dich dich. Es soll das كل. Ich hab dich. In der Nacht. Mal kurz nachladen hier. Einen muss ich noch killen! Endlich wieder Ruhe hier! Alter! Das war ja eine Katastrophe! Da war nur noch einer da! Hören Sie sich auf so zu benehmen! Das ist kein Videospiel! Doch, das ist ein Videospiel! Ich bin ein Videospiel am Spielen! Leck mich doch! Alter! So, meine Nase! Entschuldigung! Da ist doch Munition, sehr schön! Komm! Lass nie! Okay, ich bin voll, so wie es scheint! Mich täuscht, es scheint! So, Scanner! Und dann Alt! Alles klar! Da drinnen ist auch noch einer! Und Alt! Diesel 3.0 Sonst noch was? Da hinten ist auch noch einer! Hier scheint auch noch was zu sein, ne? Dann machen wir gleich! Scanner, dann Container! Alt! Diesel 3.0 Und was kann man jetzt mit diesen Anomalien tun? Kann man da was gebrauchen davon? Glaube nicht, ne? Doch, hier! Ja, toll! Munition ist schon voll! Hmmm! Crunchy Chips! Crispy Trunk! Crunchy Drink! Hmmm! Crunchy Drink! Yes! Wie geht der geht? Fahrstuhl! Nach oben! Wir fahren ins Null! Ja, es fühlt sich so aus! Ja, es fühlt sich so aus! Ja, es fühlt sich so aus! Wenn ich einen töte! Wie wichtig ist diese Konferenz? Ah! Schön! Wie soll man dem aus dem Weg gehen? Ich soll mal dem aus dem Weg gehen! Nach oben! Ja, nur noch nicht! Wir werden sie vermiss. Das hat sich verzichten! Wir müssen sichatures! Wir sollten uns über was. Es ist meine Beine! Es ist eine H Mynte! Ich bin jetzt so komisch! Er möchte mich über das auf dem Weg gehen! Wir machen jetzt einen Schaden, einen Schaden! Das ist der Schaden? Für was? Eine fliege Woche? Ich habe meine Leere! Ja, es ist ein Schaden! Guck mit dir! Oh ja! Alter, was genau ist das Ziel, was ich habe hier? Ist auf jeden Fall eine Anomalie, die will ich noch nehmen, ganz schnell. Da oben hat es auch noch eine Anomalie, bitte, Dankeschön, toll, der macht seine Runden da, jetzt ist jetzt wieder außerhalb unseres Radius. Kommt der von der Klo weg, von dem Klo weg? Wieso bin ich jetzt überhaupt ins Klo? Gott, ich bin verstört. Spülen dann nicht vergessen, ne, dann höre ich dich auch. Das ist klar, der steht immer noch beim Klo. Wenn ich schiesse, dann verändere ich somit auch die Geschichte. Willst du bitte nicht zu sterben? Starr doch bitte nicht zu. Alter. Gott, Gott. Was ist da? Geiss, die Hörer. War doch nichts. Kommt hoch. Der steht kommt hoch. Nein. Toll. Ne, geht wieder runter. Gott sei Dank. Ich will die Story nicht verändern. So. Da kommt einer. Bitch. She. She. F человека. Nein. Tja. Da. Moment, Scanner, Scanner, Scanner war 2, Halt, toll, ah, schön, Karte, toll, jetzt habe ich wenigstens ein bisschen meine Rühe noch, nö, auch nicht, okay, was genau ist hier unser Ziel, sollen wir den anderen da leise ausschalten, weiß nicht, denn hier, weil der steht ein bisschen im Weg, oh, unten, 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 nur die Ruhe, der ist unten, oh Gott, alles klar, sehe ich von hier die Anomalie, würde mich noch interessieren, ich wollte eigentlich aufstehen, aber das ist doch ja hier, okay, geht nicht, da hängt ein paar rum, könnte da ins Büschchen gehen, ne, toll. Toll. Leck mich, dann machen wir es halt so. Weiß auf Story, komm, leck mich, das ist ein Computerspiel, ich spiele das am Computer, ich kann nicht zocken. naja, ich hab euch, ich hab euch, nicht ihr mich. So, da ist der dritte, komm, zeig dein Köpfchen, komm, zeig dein, hallo, Knarre, schießt du gleich da auch mal? Oh, der WC-Typ, hat sich sicher nicht die Hände gewaschen, der Typ, komm, mach, alles klar, eine weniger, ihr wolltet mich ja nicht durchlassen, ihr habt selber zu verschulden. So, jetzt ist gut, jetzt sollte es frei sein, schön, endlich in Ruhe die Sachen hier machen. Toll, toll, wenn man das gewusst hätte, ne, wenn man das gewusst hätte. Und hier wahrscheinlich auch, ne? Wo ist denn die Anomalie? Ja, hier auch, in der Logo. Hätte ich mich hier dahinter verstecken können, schön. Locker, Manu. Ich wollte ja noch, aber wow, es war zu spät, sie haben mich eh schon gesehen. Okay, was ist da, der Ruf der Zukunft, der Advanced Defense Strategy Wissenschafts- und Technologiekonferenz 2009, 20, 30 Uhr, et, 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 bestell, Birmingham. Okay, ich stotter hier ein bisschen durch, das Spiegel, durch. Lift. Jetzt schon, Lift, wieder. Marnition. Gibt es da sonst noch was kleines, ein bisschen? Was haben die hier beschützt? Ich würde da auch lieber ein bisschen Stealth-Action brauchen, aber ich kann es eben nicht. Entweder man kann es, oder man kann es nicht. In meinem Fall kann man es nicht. Ich hab's versucht. Habt ihr alle gesehen, Leute. Wenn ich halt die Geschichte jetzt geändert habe, dann ist es so. Ne, ich muss anscheinend zum Lift. Der Lift ist hier. Lift. Kann ich nicht drücken? Okay. Dann gehen wir raus, wieder zum Lift. Hoch. Ne, da hinten. Ne, dorthin müssen. Heißt das natürlich. Lift. 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 Aufzug. Nö, ich glaube nicht. Okay. Was wäre passiert? Nö, kann man gar nicht. Okay. Okay, mit dem Mausrad drücken kann man auch noch ganz cool Apps wechseln. UV-Licht. Dann machen wir mit UV-Licht. Toll. Den Prototypen habe ich ja jetzt schon geklaut. Den habe ich ja schon. Jetzt sollten wir wahrscheinlich fliehen, nehme ich mal an. Ich bin hier, um behandelt zu werden. Ich werde tun, was nötig ist. Okay, ein paar Fotos. Das Mädchen. UV-Licht. Scanner. Scanner. Hä, Fahrzeug, Fahrschul. Kommt. Wer macht das auch noch? Alles klar. Oh. 12. Stockwerk. Dachgeschoss. Ja, das ist doch schön zu sehen. Ups, verdrückt. Toll. Der könnte jetzt noch was sein. Alles klar. Dankeschön für die Aufmunterung. Alles klar. Alles klar. Da vorne ist einer. Da. Genau da. Dreht er sich noch um? Oder bleibt er so starr? Wie die anderen hier auch. Der Typ da drüben auch. Der bewegt sich auch keinen Meter. Dann könnten wir eigentlich dran vorbeischleichen versuchen. Ja, die bewegen sich alle nicht. Versuchen wir es mal so. Ganz unkonventionell. Das ist doch eine Tür. Nee, da ist keine Tür. Alles klar. Ich habe mich jetzt. Da ist die Tür. Hallo? Da ist doch eine Tür. Nee, da ist keine Tür. Ich habe mich jetzt. Da. Ja, sieht mich doch voll. Ohne Kohl, der sieht mich. Wem würde das nicht auffallen? Wem würde das nicht auffallen? Toll. Toll. Die sind natürlich alle schön aufgedeckt. Nee, ich habe es versucht. Kommt da hinten durch? Was? Was? Wo? Leck mich doch. Ach, leck mich alle. Ist halt wach. Komm. Die ist auch noch kurz. So. Dafür habe ich jetzt Ruhe. Mann, Alter. Da will man ein bisschen was machen. Und dann geht es in die Hosen. War ja klar. War ja klar. Was soll das sein? Blumentopf. Schön. Schöne Anomalie. Sonst noch was hier? Glauben nicht, ne? Ich höre da Glas scheppern. Ist das noch von mir? Scheint mir so. Okay. Ab in den Aufzug und dann Fahrschulfahren hier. Oder wie man hier sagt. Lift. Penthouse. Dritter Stock. Genau. Ist ein bisschen hell hier. Kann man das Licht dämpfen? Nicht. Kann man nicht. nicht. Ist nix. Mit Tiercodes. Ich glaube es war 30. 30 und 1. Ich glaube es war 30. 30 und 1. Ich verstehe. nicht. So. F zurück. Kein Zugang. Schauen Sie mal her. Schauen Sie mal her. Black. Okay. Da ist ein Tier. Wir können mal da raus. Nein. Können wir nicht. Aber ich bin gerade umentschieden. Ganz klar. Hier. Eine 7. Entschuldigung. Bilder. Genau. So ein Code ist im Büro nebeneinander gleich auf Bildern beschrieben. 5. 0. 1. 7. Alle 7. 5. 0. 1. 7. Nö. 5. 0. 1. Nö. 7. 5. Nö. 7. 1. Nö. Aufgehängt. Das Fatou. Brauchen wir das UV-Licht am besten. Dann sehen wir auch was. Dann sehen wir auch was. Hier haben wir noch Büros. Platz. Da. Da ist eine 5. Eine coole Harley. Oh ja. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 2. 2. 1. 2. 2. 5. 3. 2. 1. 1. 1. 1. 2. 1. 1. 1. Sieben, vier, neun, fünf, nö. Neun, fünf, sieben, vier. Vier, sieben, neun, fünf. Neun, fünf, nö. Vier, sieben, fünf, neun. Ah, verdammt. Verdrückt. Vier, sieben, fünf, neun. Auch nicht. Sieben, vier, fünf, neun. Auch nicht. Sieben, neun, vier, fünf. Okay, sieben, neun, vier, fünf. Ja, okay, man hätte nur den... Alles klar, man hätte nur so lesen müssen, wie man es sagt. Wie man es gesehen hat. Und jetzt, was mache ich hier? Interagieren. Der Chip. USB-Stick anschließen. Und dann zwei Bildschirme, wie ich habe. Die Abon. How much did you know? How much did you know? How much did you responsible were all? Was this all your fault? Was it really you who started all this? Möglicherweise. Turns out you didn't just steal the Korn again. You destroyed their servers. Errays their data, wiped the Korn again from existence. You're good at your job, Mr. Black. I'll give you that. This Robert Ramsey must have paid well. Das ist er. Der musste wirklich gut bezahlt haben. Cool. Was haben wir denn da, Schönes? Der Hawk. Oh. Kann ich mich da noch... Was? Was war denn das jetzt? Da draußen steht einer. Der da draußen ist sauer. Sieht nicht so fröhlich aus. Ich mache mich hier noch ein bisschen bei den Servern klar. Alter. Ah. There you are. I'm afraid I've been watching you since the moment you entered the building. Your work is impressive, but the show is over. You have my property and I want it back. Nothing personal you understand. Ja. Security. Kill him. Das werden wir ja sehen. Die müssen hier durch. Könnt ihr eigentlich so? Komm. Wollt ihr nicht kommen? Jetzt sagt bloß, ihr wollt nicht reinkommen. Jetzt hab ich mich so schön. Okay. Jetzt sind ein paar. Okay. So machte man das, ne? Halt mich. Halt still. Alles klar. Tja. Mäh. Okay. Ecklich. Nochmal. Nochmal. Oh, das ist eine vollautomatische. Cool. Hab ich nicht gewusst. Ah, verdammt. Falsch. So. Alles klar. Schulterschuss. Führt auch zum Tod. Alles klar. Alles klar. Sonst noch wer? Da unten sind noch zwei. Ah. Okay. Oki-toki. Ich seh' ich bin tot. Halt da. Das ist gemein. So. Mist. Okay, dann legen wir noch mal von vorne los. Würdest du dich bitte, würdest du mich bitte dupen? Oh Gott. Ja, schön. Da unten solltest du dich auch noch halten. So. Nummer eins. Tilt. Nummer zwei. Tilt. Nummer drei. Tilt. Pflanz. So zu bewegen ist noch richtig mies. Was ist der letzte? Alles klar. Ich glaub, das war's. Die haben schön die Tür weggeschossen. Das war's. Ich seh' keinen mehr. Ich seh' keinen mehr. Das ging jetzt zackig. Ruck, zuck, zack, zack. Fingers. I've seen enough. I'm pulling you out. For power. We escaped. There's nothing you can do about it now. I'm pulling you out. Alles klar. Er holt mich raus. Okay, so holt er mich raus. Alles klar. Okay, ich hab genügend gesehen. Systemflutung. Okay. Stay with us, Mr. Black. I'm pulling you out. I thought this was a simulation. I was... I was there. I could feel it. The pain. It felt real because your mind perceived it to be. Injury sustained within the Pandora will have the same effect on your brain as those sustained without. Now, stop thinking, Mr. Black. Clear your mind while I bring you out. Oh, Christ. I feel like I'm going to throw up. A natural response. It will become easier the more we proceed. If it helps, I have prepared a little gift for you. What are you talking about? Outside in the corridor. You see the lines are computer code. All the ones and zeros. Please, approach and proceed. Not that again. Okay, morgen dann. Ich wünsche euch was. Tschüssi Kowski und ciao. Bis morgen.